Fünfe ist eh klar, dass wir das jetzt nicht schaffen, das wird mir eh klar sein, kleinen Beitrag, sollte eigentlich relativ einfach sein, Brandfrucht, haben wir die überhaupt schon mal gefunden, die Brandfrucht, das ist wieder das nächste, zeige ich mir hier, Materialien, kann man noch schauen, Brandfrüchte, oder, ja, Früchte, die Schutzfrucht, Brandfrucht, da hätte ich gesagt, das tun wir jetzt einmal markieren, wird mich jetzt einmal definitiv ein bisschen interessieren, wenn man auf der Karte drauf schaut, es wird wahrscheinlich, naja, das sind dann so diese quasi diese Markierungen, okay, passt, ich könnte ja auch mal kurz detentiell nachschauen, und wir können ja eigentlich quasi spenden, könnte ja vielleicht möglich sein, dass ich die sogar schon habe, weil wir waren ja eigentlich brav, meiner Meinung nach, Schutzfrucht, das, 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 könnte aber vielleicht auch sein, dass ich die bis jetzt noch nie wirklich gescheit eingesammelt habe, oder vielleicht, dass ich es vielleicht detentiell für etwas anderes gebraucht hätte, Ja, dann hätte ich gesagt, mach mal dann so ganz kurze Markierung, und dann schauen wir mal dort vorbei, hätte ich gesagt, dann schauen wir mal ja noch ganz kurz dort vorbei, ich würde mich jetzt ein bisschen interessieren, tendenziell, aber da sind wir ja auch ein bisschen eher so durchgelaufen, könnte man sagen, ja, würde ich schon fühlen, da, komm, mach schnell, nee, 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 ich komme, wann ich will, fette Gönung, jetzt bin ich gespannt, gibt es ja auch schon wieder was, ja, ein paar Viecher, ein paar Haverer zum Sammeln, ein paar Haverer, das kann ich scannen, das ist eine Pflanzen, das ist eine definitiv eine Pflanzen, jetzt bin ich aber definitiv umso mehr gespannter, ich nehme sich jetzt aber gleich noch ein bisschen mehr mit, man kann nicht wissen, man kann echt nie wissen, aber ich nehme sich jetzt aber ein bisschen mehr mit, da wird sich jetzt fett gegönnt, aber wie, da muss ich rein, ja, dann ist eh klar, dass ich es nicht gekriegt habe, ja, ja, volle Wäsche muss da rein, ach du Scheiße, ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn, ist eh klar, dass ich es nicht gesammelt habe, ja, schade, ich habe mir gedacht, da gibt es sogar was gerade ist, fuck, ich habe mir gedacht, da kann ich mir jetzt fett gönnen, das Viech taugt mir da jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich so ganz, da im Wasser, es bewegt sich relativ schnell, bewegt sich relativ sehr, sehr schnell, taugt mir nicht, werde eins mit dem Baum, werde eins mit dem Baum, wenn ich schon durchlaufe, das ist aber was anderes, aber ja, nehme ich trotzdem, das ist ja auch wieder so ein Setzling, zeigt er mir jetzt eigentlich im Prinzip alle Setzlinge ein, oder was, haben wir doch gehabt, da markiert man die, die Pflanzen, weißt du was ich meine, hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt da auch gehabt, dass er mir da irgendwas markiert, aber dass er mir da, boah, dass ich da eigentlich quasi die Setzlinge jetzt sammeln kann, hätte man jetzt ehrlich gesagt eher weniger erwartet, aber ich gehe jetzt doch einmal nachschauen, im Endeffekt kann ich ja eigentlich eh nur gewinnen von den Dingern da, da kann ich ja eigentlich im Prinzip ja eh nur gewinnen davon, ob ich jetzt einen Skillpunkt kriege, oder ob ich was anderes kriege, ist jetzt eh schon wieder wurscht, ich werde halt einfach nur schauen, dass ich halt quasi irgendwas find, irgendwas was wir halt auch nutzen können, steppert, wie, wie heftig ist der Hauerer, nein, nicht genau hier, der da hinten, der verschiebt hat er, alles glaubt, hat mich nicht interessiert, hab ich noch nie im Leben gesehen, hab ich noch nie im Leben gesehen, interessanter Gegner, interessanter Gegner, ich schau mir den lieber nur von der Weite nach, gell, okay, rot, oh, das ist kein gutes Zeichen, oh, das ist überhaupt kein gutes Zeichen, ich weiß ja nicht, aber na gut, ist ihm da wieder schönes, oh, wenn es was zum Mitnehmen gibt, ich bin einmal auf dem Weg, ich bin einmal definitiv auf dem Weg, ich bin einmal definitiv auf dem Weg, ich will dir nichts Böses, Perfekt, ich kenn dich nicht, du kennst mich nicht, und in den Weg, oh, leider Gift, Scheiße, 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 wieder ein bisschen ein Gift, steppert, oder? Das Rode taugt mir da, aber ehrlich gesagt, in dem Bereich haben wir überhaupt nicht, ja, haben wir mal sicher, selber lieber Affe, haben wir mal sicher, selber lieber Affe, weil man kann ja nicht wissen, hab ich da nicht irgendwo was gesehen gehabt, zum Sammeln? Ah, hast du das gehört, Alter, bist du, das war mein Mund, gleich knack, wenn ich jetzt schnell aufpasste, ah, du so knackst, bist du, du, bist du, 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 hat er mich wahrscheinlich nur zum lager geführt kann ich auch wieder spenden gell ist aber wieder nicht das richtige kann man drüber reden da war ich auch fleißig da war ich auch ein bisschen fleißig unterwegs weißt du immer so kleinigkeiten wo ich vielleicht den zähl ein bisschen was doppelt hätte hätte ich jetzt einmal gesagt doppelt oder nichts ich würde sagen liefern damit wir wieder gut dastehen definitiv ja das was ja das war schon das gebiet ja da kann ich zeit vergehen lassen sondern aber schade dass er hat mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen ich hätte mir echt dacht gehabt dass man da vielleicht wirklich so warte ja nächstes element also vielleicht muss ich so nachschauen kann es sein aber wenigstens ein häkchen nimm mir hin wenn wenn da gar nichts angezeigt wird dann ist es auch finde ich aber geil dass du immer quasi diese häkchen dann am start hast also das ist quasi dann heißt ja passt du hast es geschafft meist auffindbar an felswänden und an schwebenden bergen ganz pandora felswänden ist mir definitiv nicht schlecht in höhlen felswänden mhm 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 beste qualität natürlich wenn es regnet eh klar eh klar muss ich ganz ehrlich gestehen dass mich das ein bisschen das ist so was neid mag aber doch gehabt vielleicht kriege ich wenigstens ein bisschen so dieses gefühl von ok ja dann schau ich einfach mal dort und dort vorbei im prinzip könnte ich ja da vorbeischauen da könnte ich es mir ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen vorstellen meiner meinung nach da hätten wir die betankungsanlage vielleicht machen wir da währenddessen die andere nebenkürst wer weiß wer weiß hätten wir dann vielleicht auch ein häkchen da könnte man vielleicht auch die edenselle auch diese brucht finden mal schauen das ist jetzt auch wieder die falsche aber wurscht ist auf der suche wegen der anflucht also wahnsinn es ist nicht die die was wir brauchen es kann aber auch lang dauern wenn du steppert bist es kann aber sehr sehr lang dauern da bist die richtige pflanzen findest du da bist du alt da bist definitiv alt felswand und wasser felswand und wasser ja das habe ich mir schon gedacht im endeffekt kann man es nicht sagen aber es ist sehr einfach machen wenn man da so ein bisschen herum stochert ich geh mir einfach mal ein bisschen herstellung material et cetera et cetera so und ich muss sowieso in die richtung gehen ja da habe ich mir jetzt gerade ein bisschen mehr erwartet aber drauf geschissen bei sowas kann ich noch mehr gehen bei sowas kannst du noch mehr gehen das taugt mir nicht das taugt mir überhaupt nicht bei sowas kannst du noch mehr gehen besser lieber mach das in der nähe vom wasser besser ist mach es lieber in der nähe vom wasser dann kann dir weniger was passieren aber in der nähe vom fels wenden das kann was werden aber jetzt haben wir definitiv in der nähe von einer felswand von mir sogar und jetzt würde mich halt natürlich interessieren finden wir die frucht hier oder nicht oder gibt es da wieder mehrere gebiete oder eher seltenere gebiete das kann vielleicht auch wieder möglich sein es kann alles möglich sein dem spültreue ich alles zu dem spültreue ich definitiv alles zu das ist da gar nichts finst weil da denkst du wirklich so ja beginnen wir ein bisschen zum sammeln ein bisschen das ein bisschen das ein Scheißdreck definitiv ein Scheißdreck so wie schaut es jetzt aus mit den zwei abschießen könnten wir wie stark siebener gell so viel Schaden wie ich mach bringt es nichts da brauche ich zwanzig von so welcher Haverer wo sie zwanzig mal schießen gefühlt ne 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 mach ich lieber nicht mach ich lieber da nicht drauf geschießen definitiv drauf geschießen aber da kann ich mir noch irgendwie ein bisschen was erwarten grad hier oder so weißt grad hier kann ich mir echt ein bisschen was erwarten das da vielleicht was sein könnte hm gehen wir mal schauen gehen wir mal schauen weil da ist natürlich mal wieder die Felswand und alles drum und dran was ist das das steht auch ein bisschen verdächtig aus aber das ist glaube ich keine Pflanze gell also schon eine Pflanze aber nicht wo ich was da herkriege das stört mich uns geheim diese depperte Drecksucherei stört mich auf alle Fälle aber falls ich dann einmal irgendwann einmal eines Tages es doch mal gebrauchen könnte dann weiß ich genau wo ich schauen muss dann weiß ich eins zu eins blind wahrscheinlich dann weiß ich sogar blind wo der Scheiß da gießt wahrscheinlich aber genau die Dreckspflanze genau die nicht mehr und nicht weniger ich muss jetzt da noch ein bisschen herum schauen ich muss jetzt unbedingt da noch ein bisschen herum schauen ob ich vielleicht diese Brucht finde oder nicht aber ich glaube ich bin am Arsch ja wurscht gehen wir zurück vielleicht können wir ja das eine oder andere Häkchen machen das wäre richtig richtig nice und vielleicht ja doch noch auf dem Weg dorthin können wir vielleicht ja noch den zählen ja probier's ja überlebt haben wir noch überlebt ach du scheiße super kräftige die pflanzen gehen sich jetzt auch aus dem Weg mhm aber schön verputzelt immerhin es aber nicht mehr pflanzen das weiß ich dafür haben wir eine gute Gönnung dafür haben wir eine richtig richtig gute Gönnung aber ich finde es halt interessant felswänden das finde ich definitiv interessant aber das ist aber auch schon das lager wo man schon zehn mal waren gefühlt so ist da zum beispiel wieder kein hackerl das würde mich jetzt wieder interessieren das würde mich jetzt wieder vollwäsche interessiert kann es vielleicht sein weil ich halt einfach noch nicht alles gefunden da wird vom felswänden in der nähe geredet ich habe dann einmal so pflanzen gesehen vielleicht da oben da komm ich nicht rauf da komm ich leider nicht rauf da kann ich mich sonst noch so sehr bemühen aber komm ich nicht so schnell rauf aber ich hätte mal gesagt wir schauen sich da jetzt noch ein bisschen um vielleicht fehlt wirklich noch was vielleicht irgendeine kleinigkeit was ich noch nicht mitgenommen habe vielleicht was ich noch nicht eingesammelt habe irgendeine kleinigkeit könnte ja noch fehlen warum genau hier kein häkchen ist weil sonst rechne ich irgendwie schon stark damit dass ich am haker kriege du mal ganz kurz die markierung weg oder dass du vielleicht gar kein häkchen wir sind noch nicht fertig wir sind noch nicht fertig ich glaube ja 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 mit so welche dinge und alles drum und dran ich muss nur gescheit schauen ich muss nur gescheit schauen das ist nicht das lager was ich gemeint habe glaube ich oh ja doch 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 weil er da war da in dem flecker war da dass ich hingelegt vielleicht gibt es noch ein bisschen was empfinden dementsprechend habe ich es noch nicht das häkchen gehabt das kann relativ gut möglich sein wenn ich auch wirklich alles geblündert habe dann zeigt er vielleicht erst ein häkchen an ne noch immer nicht oder es ist wirklich sein ort wo ich immer wieder zurückkehren kann wo du sagst okay passt falls ich mal irgendwas vergessen habe oder irgendwas keine ahnung aber sonst waren wir eh brav dann waren wir eh auf alle fälle brav wüsste jetzt nicht was ich noch sammeln könnte aber weißt was mache jetzt mal kurz fähigkeiten ganz ganz wichtig also unbekannt ja muss ich nehmen muss ich nehmen nehm ich gern ja nehm ich gern solange in solange in der in der deckung bin ja fühle ich fühle ich ich werde jetzt mal trotzdem schauen oder versuchen jedenfalls zumindest aha vielleicht genau deshalb habe ich das häkchen nicht warte 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 w Weil das wäre auch interessant. Jetzt hätte ich mein Erdach gehabt. Genau das fehlt mir zum Hackerl. Ich habe mir jetzt safe Dach gehabt. Genau das fehlt mir jetzt. Aber nee, schade, schade, schade. So, das wird es aber auch nicht sein. Das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Nest sein. Ich gehe immer ganz rauf. Wenn es möglich ist, versuche ich, dass ich raufgehe. Die Pflanzen kannst du vergessen. Ich habe so das Gefühl, dass ich die Pflanzen vergessen kann. Mit dem Finden. Aber wo weiß. Wo weiß, wo weiß, wo weiß. Vielleicht tun wir einen Klick. Vielleicht tun wir wirklich einen Klick und wir finden was. Was ist denn der Scheißdreck explodiert? Ja, der kann mich aber afexplodieren, wenn er will. Wenn er will, kann ich mich afexplodieren. Da habe ich definitiv nichts dagegen. Ja, ich glaube da kann man auch afexplodieren. Ja, ich glaube da kann man auch afexplodieren. Hm, vielleicht. Ähm, ja, vielleicht zumindest. Aber das kann es ja nicht sein, dass sie es so deppert gemacht haben mit dem Finden. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Wird sicher safe irgendwo so einen Trick geben. Oder so eine Art Fundort, wo du es immer wieder nachschauen kannst. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie es so extrem schwer gemacht haben mit der Sucherei. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Oh, ist der nicht explodiert? Okay. Mal schauen, wie ich weiter es explodieren kann. Müssen wir testen. Müssen wir testen beim nächsten Mal. Ja, da ist eh schon so ein Haverroben. Passt. Mal auf, da. Das ist Schösschenke. Das ist definitiv Schösschenke. Mhm. Bei einer Failswand. Genau. Bei einer Failswand ist es. Alpera. Digger. Nicht einmal einmal die Pflanze gefunden. Nicht einmal einmal. Aber hauptsache in der Nähe von einer Failswand. Eww. Oh. Nein, das ist definitiv einmal das Falsche. Beide. Beide, Hava-Rappe. Beide. Sonst bist du. In der Nähe von einer Failswand. Ich glaube, ich werde deppert. Ich glaube, ich werde echt deppert, Leute. In der Nähe von einer Failswand. Bruder. Was ist das bitte für ein Scheiß? Was für eine Failswand, Bruder. Geht da die ganze Zeit bei einer Failswand vorbei. Nicht einmal. Ah, so ein Item. Lutsch meine Eier. Summonet ab. Lutsch echt meine Eier. Scheiße drauf. Ganz ehrlich. Peitschenblatt. Ja, mach mal ganz kurz da, Schnee-Reise. Wir haben da zwei Punkte, die, was ich vielleicht den Zell vielleicht auch mal anschauen soll. Glaubst du, die zwei werden je übereinstimmen? Zeig' einmal das daneben. Das war so, wie das so ein Setzling. Aber ich schau trotzdem mal ganz kurz vorbei. Man kann ja nicht wissen. Man kann ja definitiv ja nicht wissen. Und plötzlich, da ist das Item. Das wär's. Alter, dann wär ich ja angefressen. Dann wär ich definitiv angefressen. Wenn ich jetzt das Item finde. Obwohl, ich könnte mir relativ gut vorstellen. Ja, mit Höhle und alles drum und dran. Ja. Könnte ich mir jetzt echt gut vorstellen. Dass es vielleicht wirklich jetzt da ist. Geschlechte. Geschlechte. Die ganze Zeit gesucht. Die ganze Zeit. Denn jetzt wisst man 10, dass es wirklich da vielleicht sein könnte. Nein. Nein. Würde ich mich jetzt aber gerade wirklich ein bisschen vorstellen. Ja, das ist wieder was anderes. Ey, was schon. Aber es ist trotzdem gesagt worden. Höhle. Es ist trotzdem das Wort Höhle gefallen. Also ich könnte mir relativ gut vorstellen, dass da was sein. Nein, es ist wieder was anderes. Aber es ist ja wurscht. Ist ja nicht so tragisch. Wir haben ja noch ein paar Chancen. Wir haben ja noch ein paar Chancen. Oh, denke ich mir gerade. Denke ich mir gerade. Schaut irgendwie etwas komisch aus. Schaut nicht nach gutem Zeug aus. Nein, das ist auch wieder wurscht. Aber jetzt hätten wir vielleicht endlich mal eine Höhle. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Das ist ein Wahnsinn mit dem Sammeln. Ich sag's euch. Das ist bald langsam irgendwie ein bisschen frustrierend. Muss ich schon sagen. Aber wurscht. Wir haben wieder was Neues. Ja, wir haben wieder einen Skillpunkt. Wir haben sich wieder gut gegönnt. Da kann ich echt nicht meckern in dem Fall. Muss ich wieder schauen gehen. Hm. Ich habe nichts mit dir zum Teil. Gescheiß. Also, du hast natürlich die eine Frucht. Ja, das ist doch wieder was anderes. Sei gegrüßt. Schön, eine Freundin. Kochst du? Ein wandernder Jäger aus der Höhenprärie gab mir dies. Hm. Dankeschön. Trotzdem kann ich noch wie deppert herumsuchen. Trotzdem kann ich mich deppert herumsuchen. Das war's ja eh. Hm. Ärgert mich. Ärgert mich uns geheim. Der Scheißdreck. Dieses Scheiß sammeln. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Das gibt's ja nicht. Da suchst du wie der größte Vollidiot. Da suchst du wie der größte Vollidiot. Ich glaube, ich scheiß schon fast drauf. Na, das kann's nicht nicht sein. Normalerweise nicht. Normalerweise kann es nicht sein. Aber noch gut. Dann sind wir schon zum 20. Mal vorbeigegangen. Und wir schauen.